So, ich geh mal ganz kurz auf den Klo. Ihr könnt ja weiter weitermachen. Da habt ihr auch mal ne Chance zu gewinnen, ja? Mixer. Fuck. Ähm, ach so. Hä? Die Map ist neu. Ja, ich kenn die auch nicht. Oh, oh. Hahaha. Ne, die ist nicht neu. Ne, die hatten wir schon mal. Oh, was? Oh, was? Hahaha. Na, ne, das. Scheiße. Oh. Hehehe. Oh. Yes. Pass auf, jetzt füllt gleich jeder. Jemand 2-0. Dann kommt Dave zurück und gewinnt noch. Ja. Ja, genau. Seh ich schon so kommen, ja. Au, 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 au. Hahaha. Ja, war doch ganz gut eigentlich. Ja, bin ich irgendwie in die falsche Richtung weiter gespackt. Ja. Wegen dem... Mini... Meter. Lauf, Ratona, lauf. Fuck. Wie geil. Ach. Oh. Alter, das war knapp. Kalkuliert. Mhm. Selbstverständlich. Oh nein. aus dem Bild raus eigentlich. Ja, tschüss. Ah, da bin ich vorhin auch lang geschaufen. Hahaha. Hahaha. Das tut doch weh. Hahaha. Ja. Nein. Was? Ach, komm. Ja. Tschüss. Hör's ab. Ach. Das ist... Fuck. So, da bin ich wieder. Da war sich doch jemand schon wieder sehr, sehr siegesicher gerade. Ja, wirklich. Das war... That was not so good. Wie, Tamiura zweimal gewonnen jetzt bisher? Was los mit euch? Fuck. Ich hab zweimal schon so'n Glück mit dem Haken gehabt. Ja, wirklich. Jetzt muss ich erstmal mitrennen. Dann gewinne ich das Ding. Ne, freutest du nicht mal erwähnen, wie schwitzig deine Hände noch sind? Ja. Also ich schwitze gerade. Hahaha. Ist aber echt so, ich schwitze gerade eh bist. Weil das so spannend einfach ist. Oh, fuck. Da hinten bin ich... Ja, Han. Tschüss. Wow. Kann doch nicht wahr sein. Tschüss. Ne, das gibt's nicht. Doch. Darüber ist es wieder der Augen schon verliert, ja. Das macht heute keinen Spaß, so. Hahaha. Dave hat bestimmt so'n Laufbord an. Psch. Ja, genau. Sei still. Na. Ja, weißt du... Ich bin doch so'n Trackmania-Bot. Ja, genau. Irgendwie sowas. Ja, die ganze Zeit nur... Er hat... Was? Die Haken hat mich erwischt. Hahaha. Alter. Tschüss. Die Haken hat mich selbst erwischt. Oh, Mann. Na gut, ich kann da nicht hoch. Es ist mir egal, solange Tamiru nicht gewinnt, ist alles gut. Also, ich lauf' jedes Mal falsch, ne. Ich lauf' jedes Mal da unten lang. Hahaha. Ja, weil du's kannst. Ja, aber das bringt mir nix. Drrrrmf. Kandona, ich bitte dich. Wie soll der Haken bitte getroffen haben? Naja. Oh, was, Alter. Das war richtig schön. Sehr schön. Gibt's doch gar nicht, ey. So, ich gewinn' jetzt das Ding. Hat's da ne Schnauze? Ja. Alle daneben. Wenn du das jetzt noch gewinnst, dann quit ich. Hahaha. Geh ins Bett. Hahaha. Da bist du mir hinterher gesprungen, Michael. Hahaha. Scheiße. Hahaha. Hahaha. Ahhhh. Nee. Hahaha. Man hört... ...Leiste Verzweiflung. Hahaha. Nee. Hahaha. Ist einfach schon zu... ...spät für dieses Spiel. Ja. Den brauch ich nicht. Den brauch ich nicht. Hahaha. Was? Was? Yes. Was? Das kann ja wohl nicht sein. Hahaha. Das war sehr gut, Mann. Dankeschön, Hany. Das war daran gut. Das war so toll. Mann! Nein! 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 Fickt euch! Fickt euch! Ich bin noch da! Ich bin noch da! Ich bin noch da! Was ist da los? Was ist da los? Dankeschön. Ja, ich dachte, ich bin immer ein bisschen sozial. Oh Gott! Ja! Geduckt! Boah, ey, komm. Glaub's nicht. Hahaha. Oh, Alter! Ich bin wieder da. Ich bin das gerade noch so geduckt, ey. Nee. Fack. Tabiro? Ja, bitte? Du musst gewinnen. Was? Das ist, äh... Ich habe gewonnen! Das gibt's ja geil, Alter. Er war aus dem Scheißhaus, ey. Dass ich zwei Punkte vorlegen konnte. Yes! 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 Verkackte Ossi noch, Alter. Hat der Kanton das nicht vorhin noch gesagt? Ja, das hat er gesagt. Hat er gesagt, ne? Oh, jawoll! Was ist das, Alter? Wie geil! Ja. Unfassbar. Was denn live, äh, äh, streamt er raus mit dem Strick, äh, Kantona? Das sagt schon gar nichts mehr. Boah, die Halsschlagader. Alter. Nee. Vor allem, Tamiro war zwei voraus. Ja. Und Yves regelt das Ding. Scheiße, Mann, ey. Pass auf, das Casino, das hält jetzt meine Map. Ja, das will ich sehen jetzt. Klasse. Das ist ziemlich nah dran, oder? Ah, jetzt geht's. Ach, die blöde Scheiße war das. Mit diesen Verwirrungen hier. Ja, okay. Wow, was war das? Nein, 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 nein. Doch, 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 doch. Ah, klasse. Naja, was soll's. Ich bin Kantona, sagst du? Watch out, watch out. Ach, Kantona ist das mit dem Mikrofon. Jetzt sehe ich das erst. Was? Ja. Jetzt sehe ich das erst. Das stimmt ganz hart ins... Ja, ja. 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 Oh. Jawollo. So, Dave. Krieg dich. Ich weiß, ich müsste eigentlich dich gewinnen lassen. Aber... Nö. Geiler großen Klarkopf. Ich krieg dich. Ja, dann zeig doch mal, Kantona. Was ist da los? Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Reißt du Orkan im Mikro, ey. Die anderen zwei tut's mir gerade leid. Bester Haken ever. Ja, da war gar nicht absolut nix. Ich glaub, Kantona hat bereut, dass er eben The Culling geschenkt hat. Ja. Kann er wieder zurückziehen. Ne, kann er nicht, weil ich's eingelöst habe. Ja. Boah, was? Nein! Das war nicht so geplant. Ne, da oben geht's gar nicht. Ne. Also, ich spiel da mal wieder erst dann. Wenn ich einfach nur das Art-Menü auf ein Kanon erreicht bin ich schon. Wow! So. Gut. Boah, was? Was war das denn? He, 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 he. Ich bin da in der Höhe leckengeblieben. Wie im Sport evangelischen Früher. Oh! Fuck! He, he, he. Treppe, ne, genau! Nein! Aha! Nein! Eine, an, klares an. Nein, 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 nein! Doch, 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 doch! Nein! Nein! Okay, das war klar. Was, dass du gewinnst? Ja. Nee, eigentlich nicht. Nicht heute. Oh Mann, jetzt bin ich gerade unskonzentriert. Oh Gott! Was war das? Ja, das sah geil aus. Nein! Die Kiste vor dir, alles klar. Boah! Alter, ich sammle hier wieder jede Kiste ein. Ja, die müssen ja auch weg. Vorsicht, Barnebergang. Das kommt mir grad so vor wie Brock Lesnar und Dean Ambrose. Ja. Keiner gibt sich irgendwas. Das war echt ein Match, ey. Ich hab mir das heute nochmal angeschaut, ohne Witz. Mit das geilste Match überhaupt. Achso, das war eigentlich das selbst. Das warst du selbst, ja. Du hast dich selbst quasi entfördert. Ja! Ja, also! Was war das denn, Mann? Neeeicht! Nein, nein, nein! Doch, doch! Nein! Das Hühnchen wird immer... Nein! Ach doch, jetzt! Oh, keinen Ton hat's geschafft! Nee, ich kann nix sehen, ey! Okay, doch nicht. Ach, komm! Ah! Ja, fuck! Yes! So, ich lauf wieder zurück. Scheiße! Ja! Klasse! War nicht schlecht! War nicht schlecht! Ja, dann war gut! Sag's ja ungern, aber... Ja! 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 Glaub, wir sind RIP! Ach! War lange nicht! Also, ich bin RIP! Ja, okay! Nee, du warst da noch ein bisschen... Ja, doch! Okay, kein Toner, ist übrigens RIP! Weg mit deiner Mine! Weg mit deiner Mine! Könnte ich jetzt gut haben! Die Mine ist schon weg! Ich würde jetzt Döner ganz gut haben! Halt die Fresse! Döner wäre jetzt geil, ja! Safe? Ja! Ganz harte! Halt die Fresse! Nein! Um Gottes Willen! Jetzt verliere ich! Um Gottes Willen! Nein! Boah! Das war... Das war... Nein! Das war Handicap! Das zählt nicht! Schiebung! Ach, Schiebung! Das war ja nicht mal annähernd spannend! Hab ich gut gemacht! Hat er gut gemacht! Jetzt... Jetzt gewinne ich es aber! Dave, Dark Souls 3! Ich hab der Culling! Sei ruhig! Ach, Fein! Nein! Um Gottes Willen! Der Culling ist geil! Nein! Halter! Nö! Doch! doch. Wieso bin ich hinten? Ja, natürlich, jetzt nicht mehr den Hagen weg. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ah, okay, kann ich sagen. Siehst du, dass wir die Runde eh nicht mehr gebrauchen können. Ja, stimmt allerdings, ja. Das war echt ein bisschen mies. Eigentlich wollte ich ja Tamiro, aber... Ja, wollte er anscheinend. Nee. Nein. Wenn du jetzt gewinnst, dann haben wir noch eine Runde. Ach. Bitte mal. Nein! Ja, war okay, war okay. Jetzt hätte der Sieg sein können. Nimm alles mit. Ja, jetzt, jetzt, jetzt. Winner! Ach, wie wunderschön. Mhm. Mhm. Uah. Weiter geht's. Was macht denn der Tacho? Ja. Ja. So.